Heute wollen wir uns mit einem Problem auseinandersetzen, das jedes Team irgendwann mal hat. Wir haben hier eine Webseite. Diese Webseite umfasst einen Beitrag und dieser Beitrag einen Titel und Fließtext. Das ist nicht wirklich ein Problem. Wenn jetzt der Product Manager kommt und sagt, er würde gerne ein Newsletter-Formular in unseren Fließtext platzieren, das könnte aber ein Problem sein, weil das UIUX-Team vielleicht sagt, lass uns das doch lieber ans Ende packen. Das würde den Lesefluss nicht stören und wäre einfach besser. Aber hat jetzt der Product Manager recht oder das UIUX-Team? Niemand weiß es so richtig. Und diese Entscheidung treffen zu können auf einer Basis, die nicht könnte aber wenn ist, sondern messbar und wirklich fundiert, das wollen wir in diesem Video machen. Wir werden mit Analytik dieses Problem behandeln und ihr könnt das auf jede Problemstellung, jedes Feature in eurem Projekt anwenden. Also los geht's! So, um die gerade erklärte Problemstellung endgültig lösen zu können, brauchen wir eine Tracking-Software. Hierfür nutzen wir PIVIC Pro. Dieser Dienst sponsert auch das heutige Video. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Aber was steckt denn genau hier hinter? Generell handelt es sich bei PIVIC Pro, meine Software für das Tracking von Nutzerinformationen, also zum Beispiel Analytikdaten, aber auch so etwas wie Tag-Management, womit wir uns heute ein bisschen detaillierter beschäftigen sollen, können wir hiermit umsetzen. Also bestimmte eigene Events, sogenannte Tags, können wir damit erstellen und das Verhalten von Nutzern so ein bisschen besser zu verstehen. Generell bietet aber PIVIC Pro auch Informationen wie zum Beispiel Datenschutz-Compliance. Also wir können direkt mit diesem Dienst uns eigene Cookie-Banners erstellen, Einwilligungsformulare oder allgemein. Ja, das ganze Thema Datenschutz kann hiermit behandelt werden. Das ist auch sehr interessant. Wenn ihr hierfür mal ein eigenes Video wollt, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Aber generell brauchen wir jetzt erstmal ein Konto. Das könnt ihr hier oben machen, indem ihr euch eine kostenlose Core-Instanz erstellt. Da klickt ihr einfach auf den Button, kommt auf diese Seite. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken. Und hier seht ihr nochmal einen coolen kleinen Überblick, was die Core-Instanz euch bietet. Sie ist in erster Linie gratis bis zu einem gewissen Punkt. Aber in dem Moment, wenn ihr wirklich so viele Aktionen pro Monat habt, dann denke ich, wird Preis auch bei euch kein wirkliches Thema mehr spielen. Ansonsten ist sehr wichtig, ihr könnt das komplett in Deutschland nutzen. Also es wird komplett in Deutschland gehostet. Und ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, die Datenschutzkonformität direkt in der Software einstellen zu können. Also eigene Cookie-Banners erstellen, wie gerade schon gesagt, oder auch das, was wir machen werden, sehr granular auf Datenschutz bezogen einstellen zu können, was ihr tracken wollt, wie ihr es tracken wollt, wie sich der Nutzer tracken lässt und so weiter. Das dazu, ihr müsst dieses Formular hier ausfüllen, um euch ein Konto zu erstellen. Ich denke, das schafft ihr allein und wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr eingeloggt seid. Wenn ihr einen Account erstellt habt, müsstet ihr auf dieser Seite hier landen. Dabei handelt es sich um eine kleine Demo, die PIVIC Pro bereitstellt, damit ihr den Dienst einfach kennenlernen könnt. Grundsätzlich teilt sich der Dienst PIVIC Pro, also die Software, in drei verschiedene Stufen auf, nämlich einmal hier oben Analytik, das ist das, was wir gerade sehen, den Tech-Manager, den wir uns gleich noch ein bisschen im Detail angucken werden und den Konsens-Manager, den wir in diesem Video nicht so richtig behandeln werden. Allerdings, wenn ihr da mehr sehen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Gerne kann ich hier mal ein extra Video zu machen. Der Konsens-Manager ermöglicht euch in diesem Fall einfach nur, dass ihr so Konsens-Nachrichten direkt übersetzen und anpassen könnt, also zum Beispiel unterschiedliche Sprachen und Informationen einblenden könnt, ob der Nutzer euren Datenschutzbestimmungen zustimmt oder nicht. Und natürlich in dem ganzen Thema Analytik seht ihr alle Informationen, von denen ihr auch nur träumen könnt. Zum Beispiel sehen wir hier Goal-Conversions, wo wir genau sehen, welche Ziele wurden von unserer Webseite wann erreicht, wie verhält sich das. Zum Beispiel hier verschiedene Seiten, wie häufig wurden sie aufgerufen und so weiter, weil es gibt hier Seiten, die sind sehr wichtig, andere Seiten vielleicht eher weniger wichtig. Ihr könnt verschiedene Reports erstellen, zum Beispiel sehen, wie viele Besucher hattet ihr, wie viele Seitenaufrufe hattet ihr, wie viele Events pro Seite und das Ganze auch in einem zeitlichen Verlauf. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt, das könnt ihr hier erfassen. Als Techniker bzw. Entwickler ist vor allem der Geräte- und Softwarepart sehr interessant für mich, weil ich hier genau sehe, welche Nutzer kamen und vor allem über welche Geräte sind sie gekommen und welche Auflösungen haben diese Geräte. Aber auch sowas wie das Betriebssystem oder die allseits gegenwärtige Browser-Kompatibilität, die uns als Entwickler immer das Leben schwer macht, muss man ja so sagen, das können wir hier sehen und wir können dann genau entscheiden, für welche Browser wir optimieren, weil für ein Prozent der Nutzer zu optimieren, ist meistens relativ sinnlos. Aber diese Informationen könnt ihr in PIVIC Pro bzw. in dessen Analytik-Bereich einfach einlesen. Aber das Ganze ist für unsere Problemstellung, die wir Anfang des Videos ja definiert haben, nicht so interessant. Wir brauchen ein Custom-Event, um genau zu entscheiden, wie unser Newsletter eingebunden werden soll. Und wie das alles funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Nachdem wir uns jetzt einen Account bei PIVIC Pro gemacht haben und wir uns die Anwendung schon mal ein bisschen angesehen haben, geht es jetzt darum, unser Tracking zu etablieren. Wir sehen hier unsere Beispielseite. Dabei handelt es sich einfach nur um einen Blogbeitrag, der aus einem Titel, ein bisschen HTML und natürlich zwei Formularen besteht. Diese beiden Formulare ist einmal hier das Newsletter-Top-Formular und natürlich ganz unten auf der Seite das Formular Newsletter-Botte. Die beiden Formulare gucken wir uns jetzt mal im Detail an, weil hier werden zwei wichtige Informationen vermittelt. Innerhalb unseres Formulars, was einfach nur ein HTML-Element ist, haben wir einmal einen Titel, ein E-Mail-Feld, ein Privacy-Feld und natürlich ein Submit-Button. All diese Informationen sind aber komplett irrelevant und könnt ihr einfach vergessen. Uns geht es nur um dieses Formular-Element. Und zwar sehen wir hier einmal eine ID. Damit können wir später in unserem Tracking genau erfassen, welche Formular-Gruppierung oder welche Formulare im Allgemeinen wir benutzen wollen. Und wir benutzen den Formular-Namen, in diesem Fall Newsletter-Bottom, um zu identifizieren, welches Formular genutzt wurde. Zum Beispiel in diesem Fall Newsletter-Bottom oder halt Newsletter-Top. Grundsätzlich solltet ihr später in eurer Anwendung entweder sowas machen, dass ihr einen Monat lang Newsletter-Bottom laufen lässt oder dass ihr vielleicht auf einigen Seiten Newsletter-Bottom benutzt und auf einigen Seiten Newsletter-Top, um einfach Daten gleichmäßig zu erfassen. Aber diese beiden Informationen sind quasi das Entscheidende und in unserem Fall brauchen wir diese beiden Informationen, um unser Tracking zu etablieren. Aber wie genau können wir denn jetzt das Tracking auf unsere Seite einbauen? So, zurück in Pevic Pro sehen wir hier unsere Demo-Seite. Wir brauchen jetzt allerdings eine neue und das machen wir ganz einfach, indem wir hier oben auf Menü klicken, dann auf Administration und auf dieser Seite angekommen, könnt ihr euch eine neue Seite erstellen. Ich habe das schon getan, nämlich demo.andish-design. Bei euch müsst ihr hier unten auf diesen Button drücken und einmal das Formular hier ausfüllen. Grundsätzlich, wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr anschließend auf dieser Seite hier landen. Wir machen das manuell, aber ihr habt natürlich andere Möglichkeiten wie WordPress, aber auch mobile Anwendungen wie iOS oder Android. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir klicken jetzt aber hier auf Manuell installieren und fügen diesen Code, den ihr hier seht, einfach direkt unter unserem Body Tag ein. Mehr müssen wir hier auch gar nicht machen. Das ist alles, was ihr machen müsst. Irgendwo auf eurer Webseite wird es einen Body geben. Direkt darunter könnt ihr dann einfach diesen Code einfügen. Ganz wichtig ist der Punkt 2 hier allerdings. Und zwar werden die Daten erst nach circa einer Stunde in euren Berichten auftauchen. Aber ihr könnt das davor schon überprüfen, nämlich unter dem Tracker Debugger. Wenn wir auf dieser Seite sind und ihr zum Beispiel auf eure Demoseite geht, dann könnt ihr hier direkt die einzelnen Events in Echtzeit überprüfen und ihr könnt dann hier oben einfach aktualisieren, um zu testen, ob es wirklich eingebunden wird und die Events korrekt übermittelt werden. Ganz wichtig ist hier auch der dritte Punkt. Und zwar direkt nach dem Einfügen des Codes taucht auf eurer Webseite auch direkt so eine Konsensmeldung auf, die euch fragt, also die Nutzer fragt, ob ihr wirklich getrackt werden wollt. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass hier einfach direkt ein Privacy on the Site kommt. Ihr könnt diese ganzen Sachen hier einstellen in den Privacy Settings. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, schreibt das doch mal in die Kommentare. In meinem Fall bin ich damit konform und möchte mich gerne tracken lassen. Und in diesem Fall funktioniert auch schon alles technisch wunderbar. Aber wie genau können wir denn jetzt gezielte Events tracken und uns ein eigenes Dashboard zusammenbauen, um unsere Frage, die wir am Anfang des Videos gestellt haben, endgültig beantworten zu können? Zurück auf unserem Dashboard müssen wir jetzt einen sogenannten Custom Tag hinzufügen, einfach um unser Event eindeutig identifizierbar zu machen, also damit wir genau wissen, welche Benutzer auf welches Formular geklickt haben. Grundsätzlich können wir das hier, indem wir hier oben auf Menü klicken und dann hier einen neuen Tag über den Tag Manager erstellen. Hier unten gehen wir jetzt auf Add a Tag und in dem Moment erstelle ich mir hier einen Formular Tag, nämlich Newsletter. Dabei handelt es sich um ein asynchrones Tag und wenn wir hier runterscrollen, müssen wir auswählen. Das handelt sich dabei um ein benutzerdefiniertes Ereignis. Und wenn wir das gemacht haben, können wir hier unten auf Weiter gehen und weitere Informationen hinzufügen. Das erste, was wir brauchen, ist eine Kategorie. In meinem Fall nenne ich unsere Kategorie ebenfalls einfach Newsletter. Außerdem brauchen wir noch eine Action, nämlich das, was der Nutzer eigentlich gerade macht, und zwar in meinem Fall Newsletter Sign-Up. Außerdem wollen wir Bezug nehmen auf unser eigentliches Formular und dafür brauchen wir das vorhin angesprochene Formular-Namen-Attribut unseres Formulars. Das können wir einfach mit so zwei Curly Brackets und dann Form Name definieren. Wert bleibt einfach klär. In dem Moment, wenn wir hier runterscrollen, können wir jetzt noch benutzerdefinierte Dimensionen hinzufügen, wenn ihr möchtet. Ich brauche das bei mir nicht. Und hier können wir ConsensArt Analytics hinzufügen. Also ihr könnt hier auch auswählen, welche Arten von Informationen der Nutzer hier erfasst und welchen eventuellen Einstellungen er hier zugestimmt hat. Also zum Beispiel auch A-B-Testing bzw. Personalisierung oder Conversion-Tracking. Je nachdem, was ihr macht, könnt ihr hier verschiedene Kategorien eurer Datenschutzgeschichte auswählen. Hier müsst ihr euch, wie gesagt, datenschutzrechtlich mit einem Fachanwalt austauschen. In diesem Fall kann ich auch sagen, Respect, Op-Out and Do-Not-Track, also DNT heißt Do-Not-Track, können wir zum Beispiel ausmachen. Dann wird das immer getrackt, wenn der Nutzer angeschaltet ist. Aber in dem Moment, wenn Do-Not-Track aktiviert ist, dann wird das in dem Moment nicht getrackt. Könnt ihr frei entscheiden, müsst ihr euch gegebenenfalls auch rechtlichen Rat holen. Außerdem können wir sagen, dass das in einem Debug-Mode nicht feiert. Wir wollen, dass das feiert. Und wir können sagen, dass zum Beispiel dieses Event nur in einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Datumsrange quasi ausgeführt wird. Wenn wir weiter runter scrollen, können wir jetzt hier aber einfach sagen, wir wollen das gerne hinzufügen. So, unserem neu erstellten Tag müssen wir jetzt aber noch einen Event-Trigger hinzufügen. Dafür scrollen wir hier ganz nach unten und hier sehen wir unseren Tag-Trigger. In dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, kann ich jetzt sagen, ich würde zum Beispiel gerne einen Trigger-Name, nämlich Use-Seiter-Form benutzen und sage hier, das soll ausgelöst werden, dem Moment, wenn ich ein Formular abschicke. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, welche Event-Typen ihr, welche Trigger-Typen ihr benutzen wollt. In unserem Fall wollen wir ja, wie gesagt, mit einem Formular arbeiten. Deswegen klicke ich hier auf OK. Aber in dem Moment, wenn ich das jetzt so erstellen würde, würde jedes Formular auf der Seite unser Event auslösen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern nur, wenn bestimmte Bedingungen eingeführt sind. In unserem Fall wollen wir das nämlich nur machen, wenn Formular-ID einen bestimmten Wert enthält, nämlich Newsletter-Form, die ID, die wir vorhin in unserem Formular-Tag benutzt haben, wenn ihr euch noch daran erinnert. Grundsätzlich könnt ihr hier zum Beispiel auch sagen, dass das bei bestimmten Zielgruppen der Fall sein soll. Zum Beispiel ist das ein Nutzer, der einen Account hat oder ein Nutzer, der keinen Account hat. Ein Nutzer, der vielleicht bezahlt für euren Dienst oder nicht bezahlt und so weiter. Aber dafür bräuchtet ihr einen Pro-Plan, das machen wir in diesem Beispiel nicht. Und wir können uns jetzt wunderbar unseren Trigger erstellen. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt hier hochscrollen, das Ganze veröffentlichen und in dem Moment ist das Ganze auch schon live geschaltet. Aber funktioniert das Ganze denn jetzt? Ihr könnt das relativ einfach überprüfen, indem ihr hier auf Debug klickt. So, auf unserer Debug-Seite sehen wir jetzt diese coole Sidebar. In dem Moment, wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, sehen wir hier zum Beispiel verschiedene Scroll-Events. Und wenn ich jetzt beginne zu scrollen, dann sehen wir, ich löse die nacheinander aus. Das ist schon mal schön. Was wir aber auch sehen, ganz hier oben ist unser Newsletter-Tag, den wir ja gerade erstellt haben. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte den Page-Reload preventen, weil wir haben ein Formular, was ein Page-Reload triggern würde. Und hier schreiben wir jetzt einfach mal eine E-Mail-Adresse rein, stimmen den Datenschutzbestimmungen zu und schicken das Ganze ab. In dem Moment sehen wir hier, unser Newsletter-Event wurde einmal ausgeführt. Hier sehen wir noch ein paar Detailinformationen. Viel interessanter ist allerdings hier oben der Event-Blog. Hier sehen wir nämlich unser Form-Submit. Wenn ich mir das angucke in unserem Data-Layer, sehen wir hier, okay, wir haben unser Formular top benutzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei unserem Newsletter bottom die E-Mail-Adresse eintrage und unsere Datenschutzbestimmungen annehme und abschicke, dann wird ebenfalls ein Event getriggert. Das sehen wir auch hier wieder in dem Event-Blog. Allerdings sehen wir jetzt in unserem Data-Layer, dass Newsletter bottom benutzt wurde. Also wir können jetzt eindeutig identifizieren, welches der beiden Formulare benutzt wurde, um unser Problem zu lösen. Und jetzt können wir uns ein Custom-Dashboard bauen, wo wir das auch gegenüberstellen können, damit unser Product-Owner und Designer wirklich sehen, auf welcher Basis sie ihre Entscheidung treffen können. So, zurück in unserem Analytik-Bereich klicken wir jetzt hier unten, dass wir gerne ein Custom-Dashboard hinzufügen wollen. In dem Moment sage ich, das heißt Newsletter-Problem und ich erstelle unser Dashboard. Hier sehen wir jetzt noch nichts. Wir müssen ein bisschen rüberscrollen, das muss wahrscheinlich nur ich, weil ich so dicht dran gescrollt bin für dieses Video und klicke jetzt hier auf Widget. Hier kann ich jetzt sagen, ich würde gerne einen Counter hinzufügen und unser Counter heißt Newsletter, aber nicht Problem, sondern zum Beispiel top. In unserem Fall kann ich jetzt hier nach einem Custom-Event suchen, füge das einfach als Dimension unserer Matrix hinzu und sehe hier, es wurden 13 Events ausgeführt. Was wir jetzt aber machen wollen, ist das Ganze zu filtern. Und zwar habe ich hier Custom-Name und das wollen wir ja machen, weil wir haben unserem Event ja einen Namen mitgegeben, nämlich in unserem Fall Newsletter und dann zum Beispiel top. Das ist der Formularname, den wir übergeben haben und das Ganze kann ich mir jetzt hier erstellen. Wenn ich das getan habe, sehe ich jetzt nicht mehr 13, sondern ich sehe nur noch drei Events. Diese Grafik kann ich jetzt auch noch einmal adaptieren, indem ich hier klicke auf Kopieren und sage, ich würde das gerne jetzt auch nochmal machen für Bottom. Das speichere ich mir jetzt und hier unten kann ich alles so lassen, allerdings unsere Dimension bezieht sich jetzt natürlich auf unser Bottom-Formular. Das muss ich anpassen, ebenfalls speichern. Und jetzt sehe ich hier zwei Grafiken, nämlich einmal top und bottom. Ich kann das Ganze auch richtig schön durch die Gegend schieben und kann mir hier schöne Dashboards zusammenklicken, aber ich kann auch so etwas machen, wie zum Beispiel ein Liniendiagramm hinzuzufügen, um zu sagen Newsletter und dann hier zum Beispiel top. Top. In dem Moment, wenn ich das getan habe, kann ich auch hier wieder einfach unser Custom-Event, was ich gerade schon benutzt habe, als Ausgangsbasis nehmen und kann hier sagen, ich würde auch gerne hier unser Custom-Event-Name hinzufügen, nämlich Newsletter top. Und in dem Moment, wenn ich das gemacht habe, kann ich mir das Ganze erstellen. In dem Moment sehe ich jetzt nicht mehr nur einen Counter, sondern einen Linien-Graf, der mir genau zeigt, wann ein Nutzer draufgeklickt hat. Und damit könnt ihr jede Art von UIUX-Frage- oder Problemstellung in eurem Team lösen. So, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an PIVIC Pro für das Unterstützen dieses Videos und ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme zu dem Dienst habt, zu diesem Video, schreibt das einfach in die Kommentare oder schaut doch mal auf Discord vorbei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.